der zu spät kommende streamer eine geschichte von tamo kapitel 1 der aufstieg akim war ein gewöhnlicher junger mann mit einer außergewöhnlichen leidenschaft für videospiele sein talent und sein charisma zogen schnell eine kleine aber loyale gruppe von zuschauern an als er begann regelmäßig auf twitch zu streamen anfangs war er pünktlich engagiert und voller enthusiasmus seine streams waren lebhaft und unterhaltsam und er konnte sich kaum vorstellen dass sein traum ein erfolgreicher streamer zu werden jemals scheitern könnte kapitel 2 erste schatten doch mit dem wachstum seines kanals kam auch der druck akim wollte seinen zuschauen immer mehr bieten und setzte sich selbst immer höhere ziele bald begann er seine streams zu verzögern anfangs nur um ein paar minuten dann um stunden die fans warteten geduldig aber langsam wurde die stimmung düsterer die chat nachrichten wurden zunehmend kritisch und ungeduldig kapitel 3 die ersten abgänge akim war sich der zunehmenden unzufriedenheit seiner zuschauer bewusst aber er kämpfte mit persönlichen problemen die er nicht teilen wollte schlaflose nächte familiäre konflikte und ein wachsender druck immer unterhaltsamer und kreativer zu sein nagten an ihm eines abends als er wieder einmal zwei stunden zu spät sein stream startete bemerkte er dass die zuschauerzahl erheblich gesunken war die wenigen verbliebenen äußerten ihren unmut lautstark im chat kapitel 4 der wendepunkt an einem besonders schlechten tag erschien akim drei stunden nach der angekündigten zeit die chat nachrichten waren voller wut und enttäuschung ein ehemaliger treuer zuschauer namens colin schrieb das war's akim ich bin raus du nimmst uns nicht ernst diese nachricht traf akim härter als er sich eingestehen wollte es war der moment in dem ihm klar wurde dass er seine community verloren hatte kapitel 5 der abstieg trotz der warnsignale änderte akim nichts an seinem verhalten die verspätungen wurden zur regel und die zuschauerzahlen sanken weiter gelegentlich taucht neue zuschauer auf nur um schnell wieder zu verschwinden frustriert von akims unzuverlässigkeit auch seine verbleibenden treuen fans begannen ihm den rücken zuzukehren in den kommentaren aus seinen social media profilen häuften sich die negativen rückmeldungen kapitel 6 die einsamkeit ein jahr später war akims kanal ein schatten seiner selbst die einst pulsierende community war verschwunden und seine streams waren geisterhaft leer akim saß allein vor seinem bildschirm hoffnungslos auf die wenigen zuschauer blicken die noch übrig waren doch die begeisterung und die energie die in eins angetrieben hatten waren längst erloschen eines abends entschloss sich akim einen letzten stream zu machen er startete pünktlich aber es war zu spät die zuschauer hatten sich längst anderen streamern zugewandt die ihre zeit respektierten der chat blieb still und akim erkannte die endgültige tragödie seiner situation er verabschiedete sich leise schaltete sein stream ab und ließ seine träume und hoffnungen in der dunkelheit zurück kapitel 7 das ende akim verschwand aus der streaming welt vergessen von den meisten die ihn einst bewundert hatten sein scheitern war eine schmerzliche erinnerung daran dass talent und leidenschaft allein nicht ausreichen disziplin und zuverlässigkeit sind ebenso wichtig sein trauriges ende blieb eine stille mahnung an alle die in seine fußstapfen treten wollten kapitel 8 der plan nach dem abrupten ende seiner streaming karriere verschwand akim nicht nur aus der virtuellen welt sondern zog sich auch aus dem sozialen leben zurück er verbrachte seine tage in einer kleinen dunklen wohnung verzerrt von groll und hass auf die zuschauer die ihn verlassen hatten besonders tamo der ihn immer wieder im chat verspottet und kritisiert hatte war ziel seines zorns akim begann detaillierte pläne zu schmieden um sich an denen zu rächen die er für sein scheitern verantwortlich machte kapitel 9 die vorbereitungen akim verfolgte seine ehemaligen zuschauer über soziale medien und fand heraus wo sie lebten und arbeiteten er beschaffte sich gefälschte identitäten und mietete ein abgelegenes haus am stadtrand wo niemand neugierige fragen stellen würde schritt für schritt baute er ein verließ im keller des hauses ausgestattet mit überwachungskameras und schlössern seine vorbereitungen dauerten monate aber er war geduldig und methodisch kapitel 10 die entführungen akim begann seine rache mit präziser planung und timing er nutzte die schwächen seiner opfer aus ein unverschlossener hintereingang eine einsame nächtliche joggingstrecke ein unaufmerksamer moment einer nach den anderen wurden colin bu antonella tian tamo marlon nemo shira und aileen entführt sie erwachten in dunklen kalten zellen gefesselt und verängstigt kapitel 11 das verließ das verließ war kalt und feucht der gestank von schimmel und angst erfüllte die luft überwachungskameras beobachteten jede bewegung während lautsprecher akims stimme verstärkten die endlose monologe über seine erlittenen ungerechtigkeiten hielt die entführten waren in ständiger dunkelheit ihr schrecken nur durch das grelle licht der kameras unterbrochen wenn akim sie verhörte und demütigte kapitel 12 die konfrontation tamo der in einer eigenen besonders harten zelle eingesperrt war wurde von akim regelmäßig herausgeholt und verhört akim wollte seinen hass direkt konfrontieren und machte tamo für alles verantwortlich tamo verwundet und gebrochen versuchte zu erklären dass seine kommentare nur spaß gewesen seien doch akim hörte nicht zu der schmerz und die erniedrigung die tamo erlitt waren intensiv und unaufhörlich kapitel 13 die fluchtversuche einige der entführten versuchten verzweifelt sich zu befreien colin und marlon arbeiteten zusammen um ihre fesseln zu lösen doch akim war immer einen schritt voraus jeder fluchtversuch endete in brutalen bestrafungen das vertrauen und die hoffnung der gruppe zerbrachen langsam und die stimmung wurde zunehmend verzweifelter kapitel 14 der zusammenbruch akim wurde mit der zeit immer instabiler sein wahnsinn und seine paranoia wuchsen und er begann auch die unschuldigsten gesten seiner gefangenen als verrat zu betrachten in einer besonders dunklen nacht als ein heftiger sturm draußen tobte brach er endgültig zusammen er zog eine waffe hervor und konfrontierte seine gefangenen die in panik ausbrachen kapitel 15 das finale in einem finalen akt der verzweiflung entschied sich akim das verließ und alle darin zu zerstören mit benzin und feuer bereitete er das ende vor die gefangenen schrien und kämpften aber es war zu spät akim entzündete das feuer und sah zu wie die flammen alles verschlangen was ihm einst wichtig war der rauch füllte den raum die hitze wurde unerträglich und die schreie der gefangenen verstummten langsam kapitel 16 asche am nächsten morgen war das abgelegene haus nur noch ein rauchendes wrack die polizei fand nur verkohlte überreste und keine hinweise auf die identität des täters oder seiner opfer akim tamo colin boo antonella tian marlon shira und aileen waren für immer verschwunden in einem akt der sinnlosen gewalt und des hasses der keinen sieger hinterließ die welt drehte sich weiter unbeeindruckt von den träumen und tragödien eines gescheiterten streamers und seiner verlorenen zuschauer fortsetzung folgt